Becker die Eule Ok Wecker die Eule, ach so, die Eule ist hier Es wird auch wieder schwierig Warum hast du mich aufgewacht? Jajaja, wo bist du denn? Ey, bleib hier! Wo möchtest du hin? Ja, sehr schön Ich muss jetzt die ganze Zeit angedrückt halten Ich kann die Eule auch jetzt so ein bisschen steuern Und jetzt... Yay! Ich kann nur den Stern gefallen So, 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 so Mit der Eule Und der letzte Stern und dann haben wir die Welt komplett Da stimme die Felswand Und... ... ... ... Irgendwie habe ich heute gar keine Stimme Naja, Und zwar... ... ... ... ... ... ... ... ... um in den Stern zu fliegen ... 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 Nein, nicht zu tief fliegen, sonst fällst du wieder runter und flieg genau in den Stern rein. Yeah, da-da-da, here we go. Schalter aktiviert und Stern eingesackt. 15 Sterne schon. Da-da, der einmal Stern des Schlosses. So. Ich mach mir die erste Welt komplett. Der fünfte Stern mit den 100 Münzen. Das schwiegen alle Münzenmengel. Da, zuerst mal hier gucken. Mensch, A3 Münzen. Da, 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 jetzt können wir die Mario-Mützen alle... Äh, die Mario-Blöcke hier alle jetzt machen. Das ist weg. Warum sammelt der das immer auf? Da will das ein. Das kannst du jetzt nehmen. Ah, Mist. Funktioniert nicht. Ah! Ah! Äh. Ich bin nicht da reingekommen. Ich möchte die Münze haben. Lass mich raus. Da, wer? Ja. Ah! Wer war das denn? Da, 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 da. Gut. Da, 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 da. Wo bin ich denn hier gelandet? So, hier. So, 15 Leben. Hier war der Beamer. Jetzt ist mir ein Schäfer nachher. Der stirbt. Der stirbt, schön, 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 schön. Da, 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 da. So, krack dich mal den Berg hoch und dann gucken wir mal, wie war, wie viele Dinge wir einsammeln können. Da ist noch eine. Eine Münze, eine Münze, eine Münze, eine Münze. Putz. Gesehen, stellen die da echt mal Blöcke hin, wenn da gar nichts drin ist? Dekoration. Da, 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 da. Nein, ich boite mich nicht. Da, 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 da. Hey du, was machst du denn hier? Boom. Nein, Blattier. Nicht sogar. Da, 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 da. So, da oben ist nichts mehr. Da ist Reiner. Da, 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 da. Da, da, da. 36 Münzen, das kommt mir irgendwie ein bisschen wenig vor. Ah, ich guck mal. Da, 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 da. Wie könnt ihr das hier noch einsammeln? Da, 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 da. So, Mario-Mütze. Und hier rein. Da, 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 da. Juhu. Oh. Ah, 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 ah. Die wird hier immer schneller. Dreh dich. Nein, dreh den. Dreh den. Da 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 Ja hu Nein Yay Okay Da 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 Reindex So Äh Leute dann sehen wir uns im nächsten Part wieder Alles klar Ciao Nein Ah jetzt hab ich fast geschafft Okay Bis zum nächsten Mal Ciao